Ja, Fußgängerzone Opladen, auch da habe ich ja schon von Eingangs gesagt, gab es natürlich das Thema, so weit wie möglich die Barrierefreiheit mit zu berücksichtigen. Es ist nicht so durchgehend gelungen aus verschiedenen Gründen, aber wir haben trotzdem einige Aspekte hier auch durchgesetzt. Ein langes Thema war eben die Bänke, nicht nur wie sollen sie denn aussehen, sondern auch wie kann man sie für alle Nutzer freundlich machen. Und wir haben hier, wie Sie immer sehen, dieser neue Pflasterbelag, der hat ja eine leichte Neigung zur Seite hin. Das hat auch was mit der Entwässerung der Fläche zu tun. Und es gab eben Diskussionen, wie bauen wir jetzt die Bänke ein, parallel zum Gefälle oder so, dass wir sie eben an einer Stelle auch durchaus höher einbauen können, weil ältere Menschen gerne eben höher sitzen. Und es gab auch eine klare Entscheidung, ja, sieht man hier nicht so, sieht man in der Kölner Straße ist es etwas augenscheinlicher. Und es gab auch von vornherein eine Aussage, dass an den Bänken jeweils zumindest eine Armlehne da sein muss, weil eben ältere Menschen sich auch beim Aufstehen gerne etwas abstützen. Und auch ein ausschlaggebender Punkt für diese Bänke war, dass es eine relativ steile Rückenlehne ist, was eben auch im höheren Alter etwas bequemeres Sitzen ermöglicht. Das war jetzt so bei dem Beispiel der Bänke das, was auch eben neben den gestalterischen und den Dingen der Haltbarkeit für diesen Banktyp gesprochen hat. Ein weiterer Aspekt ist, wir haben ja unten auch, ich weiß noch, ob wir jetzt noch runtergehen, das Fontänenfeld, wenn wir aber gleich davor stehen, sehen Sie, dass das Fontänenfeld quasi bündig mit dem neuen Pflasterbelag eingebaut worden ist. Es gab im Rahmen der Planung verschiedene Ideen auch der Planer, das so stufig zu bauen, weil es bei der Wassertechnik her nicht ganz einfach ist, das so schräg einzufallen oder schräg einzubauen. Wir haben uns aber dann ganz klar dafür ausgesprochen, eben eine bündige Einbauart zu wählen und nicht irgendwo Ecken und Kanten und kleine Spitzen, die man dann gegebenenfalls auch wieder markieren muss und wirklich auch Stolperkanten sind, sodass also dieses Wasser von dem Feld dann wirklich bündig eingebauten ist. Es war ein bisschen aufwendiger dann, das von der Wasser- und Regeltechnik her so hinzukriegen, dass das Wasser auch entsprechend gleichmäßig spult und abläuft. Aber es funktioniert ja jetzt. Das waren so Dinge. Wir haben auch hier diskutiert über eine Weiterführung des taktilen Night-Elements. Hier entlang des neuen Pflasterstreifens sind dann aber aus verschiedenen Gründen davon abgegangen. Zum einen, weil es keine eindeutigen Anschlüsse auch an den Straßenenten gibt. Das heißt, man wäre zwar gut in die Fußgängerzone gegangen, dann aber irgendwo nicht mehr weitergekommen. Und es gibt in der Fußgängerzone natürlich sehr, sehr viele Querbeziehungen, die hier nicht mit diesem taktilen Leitsystem komplett hätten abgebildet werden können. Zumal wir ja auch diesen Pflasterteppich nur teilweise aufgebaut haben. Wir haben auch da hinten eine Querung dann zu dem Parkplatz. Also da ist auch nicht nur, aber auch vor allen Dingen aus letztendlich finanziellen Gründen von Abstand genommen worden, hier ein flächendeckendes, durchgehendes taktiles Leitsystem zu machen. Der Kontrast zwischen dem neuen Pflaster und dem alten Pflaster ist schon so eine Art Orientierungshilfe. Deshalb haben wir also in den Randbereichen dieses Übergangs von einem alten, dunklen Pflaster zum neuem, alten Pflaster eben, diese Übergänge auch fast überall einbaufrei gehalten, sodass man sich da optisch ein bisschen an dem Farbkontrast auch orientieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch runtergehen, sonst will ich es eben auch erwähnen. Sie sehen natürlich hier die Eingänge, die Sie hier vorfinden, die sind natürlich nicht alle barrierefrei. Das hat ein bisschen auch was mit der Historie der Straße zu tun. Das war ja mal eine klassische Straße. Man hat dann irgendwann diese Fußgängerzone hereingebaut, zu den Zeiten sicherlich noch nicht an allen Stellen über barrierefreie Zugänge nachgedacht. Das wäre jetzt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nicht drin gewesen, hier jetzt alles barrierefrei zu machen. Wir hätten im Prinzip die ganze Straße nach oben heben müssen, das hätte nicht funktioniert. Aber es gibt einige Stellen, vor allem auch in der Kölner Straße, wo dann die Eigentümer auf uns auch zugekommen sind und haben gesagt, wir würden gerne unsere Eingänge zu den Ladenlokalen, auch zu den Wohnhäusern barrierefrei gestalten. Das dürfen die Eigentümer nicht selber machen, sondern die Maßnahmen sind dann von den technischen Betrieben ausgeführt worden. Aber wir haben mehrere Orte unten in der Kölner Straße, wo man jetzt wirklich sieht, dass es angepasst ist und dass da also keine Treppestufen mehr sind. Und hier ist es dann schwierig, wenn es zwei Stufen sind, wird es schon kritisch, aber wenn es eine Stufe ist, da kann man das Pflaster so anarbeiten, dass es dann hinterher tatsächlich keine Treppenstufe mehr ist, sondern eine leichte Anrampung und man da dann auch gut mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl gut in die Häuser reingehen kann. Und das kann durchaus noch öfter passieren, also wenn mehrere Eigentümer jetzt noch auf uns zukommen, würden wir die Kontakte dann herstellen. Aber das ist, wie gesagt, unten in der Kölner Straße sind die Unterschiede etwas höher, da kann man das ganz gut sehen. Ja, das so zum Thema Fußgängerzone. Wie gesagt, ich hatte am Anfang ja auch schon gesagt, der Fördergeber bei Fördermaßnahmen aus der Städtebeförderung hat das eben auch tatsächlich, zumindest die intensive Auseinandersetzung mit der Barrierefreiheit, auch in die Fördervoraussetzungen reingeschrieben, wenn Dinge nicht funktionieren oder sie nicht ganz dienengerecht ausgeführt werden sollen, dann muss man das entsprechend auch begründen, muss das auch entsprechend in die Akten reinpacken, damit das später nachkontrolliert werden kann. Das haben wir hier soweit, wie wir in den Möglichkeiten zur Verfügung standen, geschafft. Auf der anderen Seite ist das Thema Barrierefreiheit aber auch bei anderen Projekten der Förderzugang, zum Beispiel bei der Schule Hedrichsfeld war es eben eine ganz klare Aussage auch, dass nur wenn die Barrierefreiheit hergestellt wird, die Umbaukosten dann auch aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Also das ist eine ganz enge Verzahnung. Soweit zum Thema Fußgängerzone. Vielen Dank. Zum Abschluss kommt in der Regel noch die Wünsch-dir-was-Frage. Eine Million Euro bringt der liebe Gott vorbei im großen Geldkoffer. Was wünscht sich der Barrierefreiheit für Behinderungen dann? Heieiei. Eine Million Euro? Ja. Sie können auch einen anderen Betrag nennen, aber da war jetzt einfach mal viel Geld oder zu wenig Geld je nachdem. Naja, wir wünschen sich, dass Verfahren schneller abgearbeitet werden. Und relativ, gerade an vielen neuralgischen, schwierigen Stellen, die es in der Stadtlieferungsnacht vorgibt, das muss meiner Auffassung nach wirklich dringend auf Handlungsbedarf bestimmen, rasch zu reagieren. Wir sind jetzt ja ein bisschen unwissend als Presse. Die drei wichtigsten Punkte müssen wir uns schon sagen, wenn Sie sagen viele neuralgische Punkte. Ich könnte eine ganze Liste machen von neugestalteten Bushaltestellen, quasi in der Wunschbarke, bis über andere Stellen, muss ich jetzt nochmal mal graben in meinem Kopf jetzt sozusagen. Aber es gibt viele Stellen. Mehr sehen Sie uns ja nachher noch zu? Nein, ich mache das. Perfekt.